So, ein herzliches Willkommen zum 12. Working Out Loud-Zirkel. Der 12. ist auch der letzte dieser, ja man kann sagen, Ausbildungs-Serie. Harald, ähm, äh, nicht Harald Schirmer, ja, John Stepper hat sich ja diese 12. Zirkel überlegt, damit man in diesem Zeitraum von 12 Wochen, bei uns sind es ein paar mehr geworden, wir haben die Urlaubszeit dazwischen ausgelassen, sein Verhalten ändert. So, und jetzt im 12. Zirkel sollen wir einerseits ein Stückchen zurückblicken und er gibt uns gleich noch ein paar Tipps so für die Zukunft. Die erste Sache ist immer wieder das Check-In, also die Frage, was ist eigentlich so seit dem letzten Zirkel passiert, wo ist man weitergekommen, wo gab es Schwierigkeiten, vielleicht fangen wir damit gleich wieder an. Antje, kannst du ein paar Worte dazu sagen? Mache ich gern, aber ich habe trotzdem einen Vorschlag, können wir den Winfried nicht trotzdem reinnehmen, warum soll der jetzt als Gast da sitzen? Der hat ja trotzdem einen Lerneffekt, oder? Winfried, hast du das gehört? Bist du bereit? Was sag ich dir? Ich bin aber nicht rasiert und nicht hübsch. Nee, aber du darfst mitreden. Ich würde eh sagen, wir haben in dem Zirkel ja auch einen relativ langen Teil, wo wir einen Brief an uns selbst schreiben nochmal. Vielleicht ist der nicht so ganz spannend, wenn wir um eine Viertelstunde nebenbei reden, das würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Vielleicht können wir einfach mit dem Michael zusammen, der ist ja auch noch im Call, da einfach noch eine kleine Feedback-Fragerunde machen. Ja, genau. Michael, wenn du magst, kannst du dein Mikrofon einschalten und dann mitreden bei uns. Das ist sehr nett von euch. Ich sitze hier parallel mit meiner Tochter und mache noch Hausaufgaben. Hallo! Okay. Dann kann ich euch nur ein Ohr leiden. Also ich mache wieder aus. Ja, okay. Aber man merkt, für Working Out Loud Circle gibt es ganz verschiedene Lernumgebungen. Ja, Antje, dann starte du mal. Ja, also was aktuell oder ganz allgemein? Sind wir schon am Ende des Großen? Ja, erst mal seit dem letzten Zirkel. Wie üblich am Beginn eines jeden Zirkels so den Rückblick auf die letzte, kurze Zeit. Das Tolle war ja nun dadurch, das haben wir ja gerade schon kurz hier vorher besprochen, durch dieses Corporate Learning Camp. Genau. Also erstens war es ja extrem lustig, wie oft man angesprochen wurde oder ich angesprochen worden bin. Unter anderem auch einfach, dass sich plötzlich jemand mir zuwandte, weil ich hinten gesprochen habe. Ah, die Stimme kenne ich und immer wieder erkannt worden bin aus dem Kurs. Das fand ich schon sehr lustig, bis mir dann irgendwie klar geworden ist, dass ja mehrere Leute doch auch das verfolgt haben. Und auch ein paar, also mehrere, also hundert wohl, wenn man das mal so an den Klicks dann nachher sieht. Also insgesamt waren es über 2.000. Die sich das wirklich mal angehört haben. Ja, genau. Also das ist mir dann teilweise so, dass ich dann plötzlich an der Bushaltestelle stand und dann kam auch noch einer angewetzt und so. Das war sehr lustig, das fand ich also schon mal nett. Und damit natürlich auch so dieses Gefühl, ja, man kann sich ja zeigen und ist ja gar nicht schlimm, weil die Rückmeldungen auch sehr positiv waren. Nicht nur, ich kenne dich, sondern das war toll, was du da gesagt hast. Das war dann teilweise auch sehr konkret. Das hat mich beflügelt und dann war ja auch wirklich euch, also eigentlich gedankt, ja, Karl-Heinz, dass du mich dann auch nochmal konkret auf die Idee gebracht hast, überhaupt zu diesem Camp mitzukommen. Ich wäre da gar nicht drauf gekommen. Ich verstehe aber auch überhaupt nicht, warum mir das nicht einfiel. Und dass ich das gemacht habe und dass ich dann auch am Anfang mal versucht habe, mich mit einem etwas anderen als mein wirklich Hauptthema da zu positionieren und dann ja die Session auch sehr gut besucht war, wo ich eben wirklich gemerkt habe, auf die Art und Weise kann man wirklich sichtbar werden. Und das Schönste war dann, Harald, das hast du so nicht mitgekriegt, ich hatte mich dann entschieden, eigentlich nicht mein Thema zu positionieren, weil ich mich nicht unbedingt da wieder so, hm. Und dann hat Karl-Heinz mich da wirklich animiert und gesagt hat, nein, du musst das machen. Und den finalen Stoß hat dann Benedikt gegeben mit, du musst das Thema Potenzialentfaltung machen, weil ich kann keine vier Sessions anbieten. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann machen wir das zusammen. Und das war wunderbar und das war eine wunderbar schöne Gelegenheit, wirklich sichtbar zu werden mit dem, was ich wirklich tue, weil das ja oft schwierig ist zu verstehen, weil das eben nur durch Erleben funktioniert. Und das ist auf der ganzen Linie gelungen und das hat mich sehr erfüllt. Das hat mir viele neue Follower und neue Facebook-Freunde auch gebracht und beziehungsweise auch so auf Twitter und irgendwie so ein bisschen doch diese Scheu. Ich habe gestern spontan dann sofort mal bei Winfried irgendwie, gell, Winfried, ich habe bei dir direkt was mit reingeschrieben und habe irgendwie so heute mal gedacht, also ich glaube, da ist so ein Knoten geplatzt, mich da mehr so mit reinzuhängen. So in der letzten Woche. Also auch wirklich schriftlich und ganz konkret auch so Standpunkte zu vertreten und nicht immer nur so zu sagen, ach, das finde ich jetzt doof oder so. Oder beziehungsweise da finde ich, es könnte sich was verändern oder da gibt es noch was zu entwickeln, dass ich das jetzt vielleicht doch ein bisschen konkreter tue. Das war nochmal die letzte Woche. Und davon abgesehen war das ja, da haben wir ja nur schon drüber gesprochen, es war einfach so toll, dass man mit Menschen, die das gleiche Interesse trägt, dass man so in den Austausch auf so eine unkomplizierte Art und Weise kam. Insofern ist das toll und super war natürlich, dass Working Out Loud dort einen zentralen Punkt eingenommen hat und man wirklich merkt, dass da so eine Bewegung losgeht. Und da bin ich auch echt stolz drauf, dass ich jetzt teile sozusagen mit Binnen mit euch und bedauere das natürlich auch sehr, dass das jetzt vorbei ist. Aber wenn nicht, das hat schon angedrückt. Also fortgeschrieben, wollen wir mal einen WOL neuen Kurs machen. Naja, also ich wäre dabei. Ja, ist dann auch nochmal was anderes, wenn man es eben nicht transparent und live macht. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität natürlich, weil man dann eben in Dinge reingeht, die man nicht über die Kamera vielleicht macht. Ja, genau, das stimmt. Also, eine schöne Woche war es auf jeden Fall. Na, das klingt ja auch im Sinne deines Working Out Loud Ziels sehr erfolgreich, was du eben beschrieben hast. Ja, schönen Dank, Antje. Harald, wie war es bei dir? Ich meine, du bist ja ohnehin dauernd in Working Out Loud Situationen. Das ist ja nicht bloß in unserem Zirkel hier. Ja gut, mir ist das Thema halt einfach wichtig. Ich glaube daran, dass diese Methode einfach wirklich wirken kann. In den verschiedensten Bereichen habe ich das bis jetzt ausprobiert. Ich bin gerade parallel am, also wer das vielleicht an meiner Brille sieht, wie da die Seiten vorbeifliegen oder sowas. Ich habe meine Seite durchgescrollt, um zu schauen, meinen ersten Blogpost über Working Out Loud habe ich am 17. Oktober 2014 geschrieben. Ich habe über 90 Beiträge in meinem Blog inzwischen drin über Working Out Loud und neun davon beschäftigen sich selber nur über das Thema WOL. 90 Beiträge, Wahnsinn. Ja, also die irgendwas, also gelebtes WOL haben für mich, also wo ich irgendwo unterwegs war und versucht habe, wirklich dann Leuten über meine Schulter schauen zu lassen oder eben einfach transparenter zu arbeiten. Neun davon, wo ich wirklich versuche für mich selber erstmal zu klären. Für mich war ja am Anfang Working Out Loud wirklich über die digitale Schulter blicken, einfach sichtbar werden. Transparenz war da ganz, ganz großes Thema und hat sich dann eben über John Steppers Buch einfach sehr stark verändert in die Richtung, dass es halt jetzt eine wirkliche Anwendung von der Methodik ist. Ich selber habe jetzt in der Woche, wollte ja so ein bisschen Netzwerk der Netzwerke anfangen und wir haben uns zusammengesetzt und wir haben da jetzt, glaube ich, eine ziemlich coole Geschichte auf die Beine gestellt in Form von einem Konzept, wie wir jetzt in der Firma nochmal ganz anders mit den ganzen Kollegen, Kolleginnen und auch mit den Netzwerken umgehen können. Also da haben wir in der letzten Woche es geschafft, ein Konzept auf die Beine zu stellen, das so schon zu integrieren in das Gesamtbild, das wir da machen wollen. Der Bernd ist ja gerade da, sehe ich gerade aus unserem Team. Bernd, hast du keinen Urlaub heute? Ich habe nämlich mein ganzes Team in den Urlaub geschickt, weil die arbeiten, die machen so einen tollen Job die ganze Zeit in unserem Projekt, dass die jetzt auch mal Urlaub verdient haben. Und ja, also da bin ich jetzt guter Dinge, dass wir da jetzt wirklich in der Firma auch nochmal einen größeren Unterschied machen, wie Lernen bei uns funktioniert und damit eben auch Working Out Loud nochmal ganz anders platzieren können. Also von daher, ich bin da total happy jetzt nochmal über die Wirkung, die wir da jetzt über dieses neue Konzept erzielen können. Sehr schön. Ja, ich meine, bei mir war in der letzten Zeit natürlich das Corporate Learning Camp die oberste Priorität, überhaupt was zu machen. Aber dieses Corporate Learning Camp und die Vorbereitung ist ja auch so etwas, wo wir die Leute immer viel beteiligen an dem, was so passiert. Und insofern war das auch ein Stückchen Training von Working Out Loud. Und ich freue mich auch, dass beim Camp sogar so ein Parallelzirkel zu unserem, also immer eine Stunde später, hat sich da so eine Gruppe um den Volk mal lange herum gebildet. Und die haben hier einen Erfahrungsbericht jetzt gerade auf dem Corporate Learning Camp als Podcast produziert. Genau. Der steht bei uns auf der Homepage, den können wir demnächst nochmal ein bisschen verteilen. Die haben sehr schön und anschaulich erklärt, was es mit ihnen gemacht hat. Also all das, was wir heute eigentlich hier so besprechen werden, haben die für sich so definiert und damit in der Öffentlichkeit allen empfohlen, es ähnlich zu machen. Das ist absolut hörenswert, ja. Ja. Klasse. Okay, ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Jetzt hat John Stepper die Überschrift für eine nächste Übung gegeben, die heißt Die eine Sache. Und er empfiehlt uns mal ans ursprüngliche Ziel zu denken und zu überlegen, was sich seitdem verändert hat. Verändert hat in Richtung auf das Ziel, aber auch verändert hat in unserer Einstellung, aber auch verändert hat so in unserem Verhalten. Und er bittet uns, das mal aufzuschreiben und sogar danach noch zu sagen, wenn klar ist, welche Veränderungen da sind, was werde ich als nächstes tun, so in einem Satz. Vielleicht, Harald, kannst du in der Zwischenzeit ein klein bisschen das noch ein bisschen erläutern, was er damit meint. Und wir schreiben einfach mal, was sich bei uns verändert hat. Kann ich gerne machen. Ja, also in der Übung selber, wo er sagt, quasi die eigene Sache. Man steigt ja normalerweise in so einen Working-out-Loud-Circle und hat nochmal, also wenn das der erste ist, nochmal, was soll ich denn da tun und mal schauen, wie das ist und ob mir das gefällt und so weiter. Irgendwann, hoffentlich im ersten, manchmal im zweiten oder erst im dritten Circle, kann man sich dann ja da ein Ziel setzen, ein persönliches Ziel, an dem man dann in den zwölf Wochen arbeiten möchte. Dieser Zielfindungsprozess ist für viele eigentlich schon eine relativ neue Geschichte, dass man sich wirklich so ein bisschen langfristige persönliche Ziele setzt. Also nicht irgendwie Projektziel oder irgendwas, was man fertig machen muss, weil man irgendwie Steuer macht oder sowas, sondern wirklich ein persönlich, wie möchte ich mich entwickeln in diesen drei Monaten. Meistens vergisst man dann aber ganz schnell durch die vielen Sachen, die laufen, auch mal wieder zu reflektieren, einfach zu schauen, was war das? Wie habe ich mich denn damals gefühlt, auch wie ich dieses Ziel mir gegeben habe? Waren es Zweifel? War es Lust? Da will ich hin? War es ein Drang? War es irgendwas, was man schon lange machen wollte, aber noch nie richtig gestartet hat? Wie hat man sich selber gefühlt vielleicht auch? Das ist eine Übung, die er da machen möchte, dass man sich nochmal reinversetzt in die Zeit von vorher und in die Zeit, in der man jetzt ist. Wie geht man jetzt zum Beispiel, jetzt in unserem Fall ist es ja durch diese ganze Videogeschichte, vielleicht für den einen oder anderen von unserem Circle ein ganz anderes Verhältnis zu Video, zu Skype, zur Öffentlichkeit auch. Ich denke, dass er ganz am Anfang vielleicht so, oh, kann ich da jetzt reingehen und dann sieht mich ja jeder eine Stunde und kann mich dann auch jederzeit wieder anschauen. Das sind ja schon, da passiert ja ganz viel mit einem. Und wenn man sowas dann einfach mal gemacht hat, den Mutanfall gehabt hat, sich da rein zu begeben und sich da mal selber dann vielleicht auch mal den einen oder anderen mal angeschaut hat von seinen eigenen Circles in der Aufnahme. Ich hatte ja einmal das Pech, nicht dabei sein zu können, habe mir den Circle natürlich dann auch nachgeschaut und es ist nochmal ein ganz anderes Gefühl natürlich zu sehen, in dem Circle quasi, in dem man nicht dabei war. Erstens, was wird gesagt und zweitens den Circle dabei zu sein, ohne was sagen zu können, weil es einfach zeitversetzt ist. Also was er, glaube ich, möchte, ist, dass man sich wirklich in diese, in die verschiedenen Gefühlslagen, in die verschiedenen Situationen mal reinversetzt und mal so nachspürt, was ist denn mit mir passiert in diesen zwölf Wochen? Waren da Experimente dabei? War da was dabei, was ich noch nie gemacht habe? Wie ist es mir dabei gegangen? War am Anfang eine Hürde, wie groß war die Hürde? Bin ich über die drüber gegangen? Wie hat sich das drübergehend dann angefühlt? Ist es schiefgegangen? Hat es funktioniert? Also da gibt es ganz viele Dinge, die man, glaube ich, so reinfühlen kann. Idealerweise, da ist ja sein Konzept relativ stark in Form von Dokumentation. Man hat ja eigentlich eine Liste, an der man die ganze Zeit arbeitet. Ich habe selber, ich mache das in OneNote, kann dann also immer schön sauber reinschauen, in welchem Circle habe ich, was waren da die Schwerpunkte, was habe ich da aufgeschrieben? Und das ist dann nochmal wie so eine kleine Reise in die Vergangenheit und dann fällt einem oft erst auf, was man eigentlich für große Veränderungen erlebt hat. Weil man meistens, wenn man so kurzzeitig zurückschaut, also mal kurz, wie war es denn? Ja, war doch gar nicht so schlimm. Also im Rückblick sind viele Dinge gar nicht so schlimm, wenn man aber dann wieder zurückschauen kann in die einzelnen Notizen. Und wenn man sich so ein bisschen Gefühlsnotizen auch gemacht hat oder weiß nicht, ob ich das jetzt machen soll, dann merkt man erst, was das eigentlich das eine oder andere für eine Überwindung auch gekostet hat. Was auch, glaube ich, mit drin ist, er schreibt da auch, habe ich herausgefunden, dass es viel mehr Dinge gibt, die mit meiner Arbeit, meinen Ideen zusammenhängen, als ich gedacht hätte. Das ist, glaube ich, wenn ich jetzt rekapitulieren würde aus den verschiedenen Circles, dann würde ich sagen, dass das ein Feedback ist, dass ich von fast allen, oder nicht fast, dass ich von allen Teilnehmern bis jetzt bekommen habe, dass die sagen, okay, ich habe erlebt, was wir bedeutet. Wenn man wirklich mit einer Dreier- oder mit einer Fünfergruppe, egal welches Thema, durchspricht, es wird immer besser. Es ist immer besser, als wenn ich mich zu Hause hinsetze und versuche, mir selber was zu arbeiten. Da werden Leute genannt, da werden andere Netzwerkkontakte empfohlen, da werden Bücher empfohlen, Links empfohlen, da werden aus Randnotizen plötzlich neue Ideen, Störungen, Experimente. Also ich glaube, dass diese Gruppenarbeit, diese Circles unglaublich gut dafür geeignet sind, dieses Gemeinsame mal zu erleben. Und weil das natürlich an persönlichen Themen entlang geht, hat das natürlich eine ganz große Relevanz für die Person, die das Ganze macht. Und eigentlich wird, so kriege ich zumindest, die Rückmeldung von allen immer als hilfreich rückgemeldet. Genau, wie weit seid ihr mit dem Schreiben? Ja, also es ist auch so für mich, wenn ich so drüber nachdenke, so eine der Erkenntnisse ist, dass auch ich noch größer denken könnte. Ich habe sowieso schon immer die Vorstellung, dass es eigentlich viele betreffen muss. Und bemühe mich durch die Communities immer mehr Leute mit in diese Erfahrung hineinzuziehen. Lernen kann ganz anders sein und auch durch diese große Veranstaltung, wie jetzt wieder die 300 Teilnehmer beim Corporate Learning Camp. Aber ihr habt mir klargemacht, man kann da noch eine Dimension größer denken. Und im Moment bin ich da wirklich ganz guten Mutes, dass das auch wirklich funktioniert. Denn wir haben jetzt eine riesig große Community. Das sind so rund 2000 Leute, die wir in der Zwischenzeit so gesammelt haben, die sich engagiert haben bisher. Nicht immer alle aktiv sind, ist ganz klar. Ein kleiner Teil ist nur aktiv. Aber die schauen auf uns und die lassen sich beeinflussen. Die waren schon mal irgendwo dabei und die kann man auch wieder aktivieren. Also von daher wird die Menge derer, die man erreichen kann mit seiner Idee auch wirklich immer größer. Und da habt ihr mir einen schönen Mut gemacht für. Auch was du eben gesagt hast, dass es viele Tipps und Hinweise von anderen gibt, von denen man auch gar nicht erwartet hat, dass die da überhaupt einen Tipp geben können. Also die hätte man, die hätte ich eigentlich von mir aus nie angesprochen. Aber diese, ich habe so ein bisschen gelernt, diese Offenheit einfach mal unbefangen mit anderen drüber zu reden und sich mal überraschen zu lassen, was die denn dazu sagen. Möglicherweise hilft es mir jetzt enorm, weil da jetzt Tipps kommen, die man nicht irgendwie planen könnte oder so. Ja und unterschätze nicht die Langzeitwirkung. Also ganz oft ist sowas ja irgendwann dann schon ein Jahr vorbei und dann trifft man plötzlich jemanden und dann, ah, du warst doch der und damals und so. Und dann denkt man sich, ich habe mit dir noch nie geredet, ich weiß nicht, wer du bist. Und dann kommt irgendwann so ein Klick, ah, ich habe deinen Circle gesehen. Ja, also solche Sachen darf man nicht unterschätzen, weil wir natürlich durch diese Reichweite, durch diese quasi Grenzenlosigkeit, die das Web hat, ist das völlig egal, wo jemand auf dem Planeten sitzt. Wenn der dann irgendwann mal das eingibt und das sucht, dann kann er das sehen. Und wenn er das gut oder auch nicht gut findet und die Personen sich irgendwann treffen, dann entsteht natürlich die Möglichkeit für Feedback. Und ich habe das teilweise wirklich mit zwei, drei Jahren Verzögerung, habe ich dann Rückmeldungen für Sachen gekriegt, die hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung, dass ich die jemals gemacht habe. Und was mich auch noch fasziniert hat, ist, da bist du vorbildlich, Harald, dieses Feedback geben, dieses positive Feedback geben. Und das kann ich an der Stelle auch mal sagen, ich habe ja jetzt in letzter Zeit auch die Tweets zum CLC 17 beobachtet und da ist mir auch mein Sohn aufgefallen, wo ich gedacht habe, Holla, der gibt so positiv Feedback, also selbst von dem kann ich ja noch eine Scheibe abschneiden. Ja, also da muss ich schon sagen, ja, da kann ich wirklich noch ein Stückchen besser werden, als ich es bisher mache, weil klar, irgendwie kommen wir aus einer ganz anderen Kultur. Dieses Feedback geben war damals in meinem ganzen beruflichen Hauptleben nie gefragt. Und letztendlich gerne gehört hätte es damals schon jeder, aber keiner hat es getraut, weil es irgendwie ein bisschen ulkig klang oder so. Und ja, ich glaube aber, ich kann es auch in meinem Alter noch lernen. Es ist, Winfried schreibt gerade nicht kritisiert, es ist Club Nug so ungefähr. Ja, also so kenne ich das auch. Also was man bei Wenigt sehr schön merkt, ist, dass das kommt aus einer unglaublichen Leichtigkeit raus. Für ihn ist das, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit. Und das ist, finde ich, so unglaublich schön zu beobachten, dass es einfach immer mehr Leute gibt, für die das, was wir als Augenhöhe, als einfach eine relevanzorientierte Kommunikation, die wirklich ankommen soll beim anderen, wie du sagst, Feedback und Wertschätzung ausdrücken, das ist nicht etwas, was man üben muss und was man, also wir wahrscheinlich schon, weil wir das nicht gelernt haben. Das ist nicht in der Kultur drin. Aber bei vielen Jüngeren ist das jetzt wirklich quasi schon in Fleisch und Blut oder einfach auch vielleicht ein Bedürfnis. Und vielleicht an der Stelle, weil der Winfried da einfach jetzt im Moment gerade stumm ist, aber er ist auch jemand, der unheimlich positiv Leute darin bestärken kann, auf deren Mission die sind. Also ich weiß nicht, wie oft der Winfried schon gesagt hat, super und mach mal das und super und jetzt geht es da weiter. Und ich so, ja, so toll ist das jetzt auch wieder nicht und sowas. Aber wenn du jemanden hast, der dir entweder Feedback gibt in Form von, das ist gut oder das kann man so und so noch besser machen oder da gibt es noch eine Veränderung oder einfach an einen glaubt, sage ich jetzt mal, oder eben den Horizont einfach mal aufmacht und sagt, stell dir mal vor, das sind jetzt nicht 100, sondern 1000 Leute. Oder das ist einfach unglaublich wertvoll, dieses Outside-of-the-Box-Denken einfach von außen anträgern. Ja. Antje, gibt es bei dir auch ein paar Erkenntnisse? Ja, auf jeden Fall. Also es begann ja eigentlich damit, und ich meine, Harald, das habe ich dir ja schon öfter mal gesagt, alleine sozusagen die Idee, die du hattest und auch das Vertrauen, was du ja dann damit auch in uns und jetzt in dem Fall natürlich auch in mich gesetzt hast, ohne mich groß zu kennen, war ja schon etwas, was mich auch bestärkt hat darin, dass das, was ich da tue, auch sich gerne zeigen kann. Noch viel mehr. Gar kein großes Risiko. Okay, aber das ist ja eben doch, also ich meine, Karl-Heinz hat, glaube ich, jetzt verstanden, dass eben durch das Berichten von Benedikt und der Session, dass das eben wirklich erlebt sein muss. Und ich habe natürlich diese Grundhaltung, die jetzt hier auch bei Working Out Loud ist, die lebe ich ja auch schon immer und kriege da auch nochmal die Bestätigung, dass dann auch die Arbeit, die wir machen, richtig ist. Und dass ich aber hier finde, eben, es sitzt noch ein Stück tiefer an, geht dadurch leichter und vielleicht wäre es total cool, das noch ein Ticken mit zu verknüpfen, mit dieser wirklichen Potenzialentfaltung für, also sich selbst noch ein Ticken besser kennenzulernen. Also das, was ich in den Sessions da gemacht habe, in so kleinen Einheiten, vielleicht, ich bin ja der englischen Sprache so wenig mächtig, aber vielleicht gäbe es da eine Möglichkeit, über Harald, ob man da nicht mal überlegen könnte, ob man sowas auch noch mit reinkriegt, weil ich gemerkt habe, auch in der Session, wie viele so unsicher bezüglich ihrer eigenen Fähigkeiten sind. Und wirklich tolle Leute, da waren nur tolle Leute, da war nicht ein einziger, wo du denkst, und das ist ja das, was mich auch so rumtreibt, also die Menschen darin zu bestärken, zu ermutigen, um dann eben wirklich auch die Herausforderungen jetzt der Zukunft und die Chancen irgendwie zu nutzen. Und auf die Art und Weise kann es sich eben mehr verbreiten. Ich finde total cool, ich habe zwar bei manchen nur die Hälfte verstanden, von dem, was Winfried und auch Simon erzählt haben, sage ich ja, also weil ich es gar nicht verstanden habe, konnte ich gar nicht machen, aber war natürlich toll, einfach die Impulse dann zu bekommen, oder jetzt speziell auch von Winfried auch nochmal die Unterstützung auch bei dem Artikel, um dieses Interdisziplinäre auch noch nach vorne zu bringen. Und deshalb finde ich auch, was Benedikt jetzt gesagt hat, lass uns einen Kurs machen, und wir machen es ein bisschen interdisziplinärer. Toll, weil ja letztlich Leute, die aus einem vollkommen anderen Kontext wiederkommen, mit ganz simplen Ideen sagen, na, mach es doch so und so. Und du denkst, ja klar, warum eigentlich nicht, weil wir so völlig in unseren Sphären da schweben. Also das fand ich total klasse. Also für mich definitiv diese Freude am öffentlichen Austausch. Hätte ich im Leben nicht gedacht, ich war ja, ich habe ja früher Schiss gehabt, auf dem AB zu sprechen, weil ich irgendwie schon gedacht habe, ach der Gott, das bleibt, das ist ja nie wieder gelöscht oder so, geschweige denn überhaupt einen Post zu machen. Und ich hätte mich niemals eben zum Beispiel von Gunnar interviewen lassen, wenn ich nicht vorher die Erfahrung gemacht hätte und mich ihm selber im Netz mal angeguckt hätte und gedacht hätte, na ja, so blöd kommst du gar nicht rüber. Solche Sachen und ja, was ist mit mir selbst passiert? Also ich habe immer so diese Grundidee, ich weiß gar nicht, wenn ich das schon mal gesagt habe, WOL ist ja so ein bisschen wie Weight Watchers. Weil der Vorteil ist ja, wir sind an einer Sache dran, also jeder hat seine eigene, aber du bist eben auch ein Stück weit so in dieser Disziplin, deine Hausaufgaben machen zu wollen. Also so, auch wenn die jetzt ja nicht immer so, die waren jetzt auch bei mir nicht so nach dem Lehrbuch, aber irgendwie hast du das Gefühl, man will doch irgendwas präsentieren. Und ja, und das fand ich eine sehr angenehme Art und Weise, jetzt nicht ein paar Kilo abzunehmen, sondern eben Wissen anzuhalten. Und nicht Wissen, aber Sondern Erleben und Lernen. Ja, das fand ich einfach total klasse. Und ach so, vielleicht nochmal ein ganz entscheidender Punkt. Diese Verbindung, die sich jetzt zwischen uns auch ergeben hat, ich meine, guter Harald, du warst der Einzige, den ich persönlich kannte, aber das war ja nur rein beruflich vorher. Also die empfinde ich schon als ein, ja, also schon auch freundschaftlich. Also das ist eine ganz andere Ebene nochmal. Und das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten, dass das via Skype geht. Also das geht sogar via Twitter. Ja, also das ist ein Erleben, da muss ich wirklich sagen, da habe ich immer gedacht, okay, es braucht den Dialog, aber der Dialog ist ja da, logisch. Und also ich habe mich da extrem wohl und verbunden mit euch gefühlt. Und ich bin auch ganz traurig, dass es vorbei ist. Können wir nicht nochmal so eine Reflexionsrunde machen? Oder was weiß ich, was immer mal wieder zwischendurch. Das finde ich noch ganz schön. Das ist aber eigentlich, wir kommen ja nachher dann noch dazu, in der Agenda ist das schon eigentlich eine ganz klare Sache, dass sowas normalerweise nicht jetzt einfach fertig, Schublade und nie wieder trifft man sich. Also das ist normalerweise immer so, dass Working Out Loud das Ende ein Anfang ist, sagen wir es mal so. Und ich meine, gut, Karl-Heinz, ich habe ja zwischendurch immer gedacht, hoffentlich rufen nicht alle immer bei ihm an wegen irgendwelcher Sachen, so wie ich. Ich habe ja, du gehst das ja auch, ich bin ja eher wie zum Hörer greift, Harald. Und Winfried werfe ich ja auch zwischendurch dann immer wieder persönliche Nachrichten. Ich brauche doch so ein bisschen noch mehr Andocken über Sprache. Ja, okay, vielleicht sollten wir dann zur nächsten Übung zum Thema Zeitkoppeln kommen. Ich habe es, Zeitkapseln, Harald, vielleicht kannst du das doch noch ein bisschen erklären, aber wir sollen in der Zwischenzeit so uns, wenn ich es richtig verstanden habe, so was vornehmen, was in den nächsten drei bis zwölf Monaten, was wir erreicht haben wollen, um uns dann im Grunde genommen daran erinnern zu lassen. Und er schlägt ja auch vor, dass wir uns das nachher eventuell sogar schicken lassen, diesen Brief an uns selbst mit diesen Vorsätzen. Zeitkapseln nennt er es. Und diese Verbindung kannst du bestimmt besser erklären, warum das Zeitkapseln heißt. Ja, wir haben ja in einem früheren Circle schon mal einen Brief an uns selber geschrieben, in dem wir uns so versucht haben, auch mal ein bisschen in der Vergangenheit und in der Zukunft zu sehen. Und das ist, Antje, wir hatten darüber ja auch schon mehrere Gespräche, glaube ich, über das Thema auch in einem der letzten Circle, was denn diese Methodik denn wirklich bringt. Und John möchte jetzt, dass wir hier nochmal in eine weitere Zukunft gehen, weil die zwölf Circle, die sind ja deswegen da, um die Veränderung in das Verhalten, das wir jetzt gerade so über Socializing gelernt haben, auch sich verstetigt und quasi in das tägliche Tun reinkommt. Und über die Circle hinaus möchte er natürlich auch, dass das Ganze Bestand hat. Und wenn wir jetzt quasi ab dem zwölften Circle jetzt alles fallen lassen und sagen, okay, war jetzt ganz schön und jetzt mache ich wieder weiter wie vorher, was hoffentlich so in der Form keiner tut, der vorher nicht genetzwerkt hat, dann wäre es natürlich schade. Und deswegen diese Übung jetzt ganz am Schluss nochmal sich überlegen, was soll denn in den nächsten drei oder zwölf Monaten, also jetzt durchaus einen längeren Zeitraum, wie möchte ich denn dann sein? Wenn man das, was man jetzt einfach in den letzten zwölf Wochen, also wir haben zwar sehr länger, aber in den letzten zwölf Circling, wenn man das mal nach vorne weiterdenkt in Richtung Zukunft und da ruhig mal so ein bisschen auch sich überlegen, wie kann es denn ausschauen, wenn sich das weiterentwickelt in mindestens der Geschwindigkeit, also dass ich mich weiterhin traue, Leute anzusprechen, dass ich mein Netzwerk weiterhin ausbaue, dass ich mich vielleicht auch in anderen Plattformen mal engagiere und schaue, was ist denn so der Unterschied von der einen zur anderen. Wenn ich das nach vorne denke und das Ganze dann nicht jetzt nur in Form von Aktionen oder ich möchte dann einen neuen Job haben oder ich möchte eine neue Position haben oder ich möchte, keine Ahnung, dann tausend Freunde haben, also sowas, glaube ich, ist nicht primär gemeint, sondern wie fühlt sich dann das dann an, wenn ich dann vielleicht auch zur Zurückblicke? Wie habe ich mich verändert als Mensch? Wie viel Zeit verbringe ich für diese Tätigkeiten vielleicht auch? Was ist es mir wert, dass das weitergeht? Und wenn man das eben hinschreibt, ich möchte jetzt nicht nochmal das alles wiederholen, was wir da schon gesagt haben, dass es einfach durch die Finger ins Gehirn auf eine andere Weise reinkommt, deswegen soll man es aufschreiben, eigentlich auch nicht digital, sondern mit Füller vielleicht sogar. John bietet da trotzdem aber am Ende von der Circle Guide, ich poste die mal schnell in unsere Skype-Session rein, dann haben die, die dabei sind, auch was zum reinklicken. Da sind nämlich wirklich schöne Links drin, wo man dann jetzt quasi digital diesen Brief an sich selber schreibt mit einem Datum und dann kriegt man diesen Brief quasi wieder zugestellt. Also das ist eine ganz schöne, leichte Möglichkeit, da eine gewisse Verstetigung reinzukriegen. Man kann das dann natürlich auch nach vorne immer weiter ausdehnen. Also von der Zeitkapsel-Idee, ich finde die eigentlich relativ gut, weil man sich dann wirklich mal mit sich selber beschäftigt, weil man sich mal überlegen muss, genau das, was wir in der letzten Übung jetzt gerade ja schon gemacht haben, mal in die Gefühlsebene auch geht, nicht nur in der Logikebene bleibt und mal reinschaut, okay, was hat mir denn so gut getan jetzt bei den Circles? War es das, mich mit dann Freunden zu treffen? War es das, mich auszutauschen? War es das Lernen selber? War es dieses, ich gehe mal über meine eigene Hürde hinweg und spreche jemanden an, den ich normal nicht ansprechen würde? Was davon war es und wie hat sich das angefühlt? Und wenn man das jetzt in Richtung Zukunft quasi weiterentwickelt, wie möchte ich denn, dass sich sowas in Zukunft anfühlt, wenn ich Leute anspreche, wenn ich über meine geistigen Hürden drübergehe oder an meine Grenzen gehe? Es gibt da noch so einen letzten Ansatz, so einen letzten Punkt, das lese ich einfach am besten vor. Du könntest zum Beispiel auch eine Ermutigung hinzufügen. Da schreibt er, ich bin mir sicher, dass du, also damit ist man selber gemeint, sehr beschäftigt bist in der Zukunft. Aber auch kleine Schritte können einen Unterschied machen, wenn du sie kontinuierlich gehst. Bitte gib nicht auf, in dich selbst zu investieren. Das hat, glaube ich, auch noch mal eine ganz spezielle Kraft, eben nicht nur zu schreiben, ich glaube, dass ich irgendwie so oder so, sondern dass man selber aus der Vergangenheit heraus oder in dem Fall dann vielleicht sogar aus der Zukunft heraus eine Art Berater wird. Das heißt, man geht mal aus seinem eigenen Körper quasi raus, schaut sich mal von außen an, versucht sich mal zu reflektieren und versucht sich selber mal Ratschläge zu geben. Vielleicht sogar wirklich mit einem Namen hinschreiben. Das fühlt sich total komisch an, wenn man an sich selber mit seinem Namen einen Brief, also zumindest ging es mir so, dass man sich da so einen Brief schreibt und sagt, hey, Harald, mach doch mal an der Stelle oder trau dich doch mal, das zu machen. Oder ja, du redest immer über Mutanfall. Wann war denn dein letzter richtig großer eigener Mutanfall? Also das sind schon so Sachen, wo man natürlich gerne in so eine gewisse Bequemlichkeit kommt und sagt, ja gut, also ich bin ja jetzt außen vor so ungefähr. Nee, sich selber wieder ins Zentrum zu rücken und über so einen Brief dann quasi direkt anzusprechen. Und das Schöne, wenn man das Ganze dann halt in drei Monaten, in einem Jahr zugestellt bekommt oder man kann es auch wirklich in so einen Briefumschlag, haben wir das auch gemacht und sich selber dann schicken nochmal oder den irgendwo verstauen. Man kann diese Zeitkapsel auch wirklich vergraben irgendwo im Garten und dann sagen, okay, ich möchte das in drei Jahren erst wieder aufmachen oder meine Kinder sollen das erst wieder aufmachen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Modelle davon. Ich finde das eine superschöne Idee. Wir haben es auch im Firmenkontext schon verwendet. Diese Zeitkapsel, Time Capsule haben wir dann das Ding international natürlich dann genannt und haben den Leuten gesagt, hey, schreibt doch da mal was rein, was ihr euch wünscht, was in der Zukunft anders sein sollte oder wie euer Job anders sein sollte. Gar nicht in Form von, ich schreibe jetzt mal im Vorstand oder HR oder so jemandem, sondern in so einer Kiste. Und die haben wir dann irgendwie ein Jahr oder eineinhalb Jahre später haben wir die dann aufgemacht und das war dann schon faszinierend, einerseits zu sehen, hey, an ein paar Sachen, da haben wir echt was gearbeitet. Es war genau das, was die Leute wollten, jetzt so Zeit, Flexibilität und so weiter. Und andere Sachen, die hatten wir bis heute noch nicht angegangen und haben gesagt, hey, schau mal hin, das liegt jetzt schon seit der eineinhalb Jahren war das damals dann. Also das bewegt nochmal was, wenn man quasi nicht den direkten Einfluss auf so ein Geschriebenes hat, weil einfach ein größerer Zeitraum dazwischen ist. Jetzt habe ich aber, glaube ich, genug geredet. Seid ihr wieder dran. Ja. Danke für die schöne Erklärung, Harald. Antje, hast du schon ein paar Ideen, die du öffentlich sagen könntest, für so eine Zeitkapsel, wie Harald eben beschrieben hat? Ja, ich habe ja auch immer gesagt, dass ich dieses Vision- oder Szenario-Technik eh so immer auch so für mich mache, um dieses Gefühl reinzukommen. Also so nach dem Motto, ja, was müsste eigentlich passieren? Oder ich sage es mal mit einem ganz normalen Satz, den ich teilweise auch mache, dass ich die Leute auch teilweise anrege, darüber nachzudenken. Wenn ich heute so zurückblicke auf die letzte Zeit oder die letzten Jahre oder was weiß ich, überlege, was die größte Hürde war, um all das zu packen, was ich mir vorgestellt habe, in dem Brief zum Beispiel, dann sage ich, dass die Leute so eine Satzverfolgung machen, das mache ich auch mit mir selbst manchmal, dann sage ich so und so irgendwas wahr und dann diese Hürde habe ich genommen, indem ich. Und auf die Art und Weise gibt man sich so selbst die Antwort. Das ist total cool und das versuche ich auch immer und ich weiß definitiv, was ich mir vornehme, ist, dass ich wirklich erstens hier im Jetzt mehr bin. Also ich merke auch, dass ich ganz oft in Gedanken Artikel schreibe, also so, was mir so durch den Kopf geht. So Thesen jetzt auch in Bezug auf, sei es eben jetzt das, was ich vorhin schon mal so erwähnt habe, dass ich manchmal sage, bei bestimmten Leuten fehlt das Wissen aus meiner Sicht eine Basis, um zu verstehen, wie Lernen funktioniert, dass ich darüber vielleicht mal was schreibe, so wie ich es erlebe oder dass ich auch so zum Beispiel die Rolle von HR oder mir vorstellen kann, dass solche Sachen wie Working Out Loud in dieser Größenordnung oder Persönlichkeitsentwicklung vielleicht auch zukünftig mehr im HR-Bereich noch positioniert werden müsste, weil die Leute sich nicht die Zeit nehmen und Working Out Loud ist ja ein Teil davon einer persönlichen Entwicklung, die wir machen. Und da gehen mir so ein paar Gedanken durch den Kopf, die ich eben auch Lust hätte zu veröffentlichen und auf der anderen Seite eben auch denke, dass ich aber das hier und jetzt mehr erlebe. Also das haben wir ja schon mal vor zwei Sessions gehabt, dass ich oft gedacht habe, meine Vision, die so wichtig ist, weil sie mich in eine Richtung bringt, aber nicht zu vergessen, dass im Hier und Jetzt einfach die Dinge da sind und die gemacht werden können. Und ich glaube, das sind so Sachen, die mich gerade jetzt so sehr bewegen und ich fühle mich irgendwie da auch kraftvoll, da weiterzumachen. Also wenn das jetzt wieder nicht beantwortet ist. Ja, ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit dem konkreten Formulieren von Zielen. Ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal so ein bisschen ausgeführt, aber ich finde das nicht ein Nachteil, sondern ich weiß ganz genau oder umgekehrt, ich fühle ganz genau, wo ich hin möchte und weiß auch in welche Richtung. Und freue mich dann permanent, dass es auch klappt und in der Regel bin ich permanent irgendwie immer erstaunt, dass es auch wirklich so geht und ich da ein bisschen weiterkomme. Aber so, ich tue mich immer sehr schwer zu sagen, so und am so und sovielten hast du genau so und so viel neue Community-Mitglieder gewonnen oder so. Also ich glaube, das ist ja auch, hängt ja nicht nur von mir ab, sondern da ist wichtig, ich weiß, ich will viele neue Community-Mitglieder gewinnen. Ob das nun 100 sind oder ob das 300 sind, das eigentlich gar nicht so entscheidend wichtig ist, dass es eine große Zahl ist. Aber davon mal abgesehen, ich nehme mir ganz konkret vor, dieses, was wir vorhin besprochen haben, mehr Feedback geben, mehr wertschätzendes Feedback geben und dann jetzt die große Community auch während des Jahres zur Aktivität unterstützen. Man muss ja in der Community immer vorsichtig sein, das muss ja, vieles soll ja selbst gesteuert laufen, aber man kann diese, man kann da anregen, man kann da Unterstützung bieten und Leute vielleicht auch mal ansprechen und all sowas, um auch jetzt die Community, die Corporate Learning Community nicht erst wieder beim nächsten Corporate Learning Camp zu aktivieren, sondern über das ganze Jahr. Ja, und das wird eine der großen Aufgaben des nächsten Jahres werden. Und dabei gehe ich davon aus, wird die Community auch größer werden, denn wenn sie aktiv ist, hoffe ich, dass auch mehr Sichtbarkeit entsteht und damit auch mehr Leute davon erfahren, die bisher noch nicht dabei sind und dann auch einsteigen. Zumindest ich werde es auch so in den Netzwerken verteilen, dass dieser Effekt auch eintreten wird. Ja, und mein in diesem Zirkel noch nicht erreichtes Ziel, 200 Corporate Learning Professionals zusätzlich zu Twitter gebracht zu haben, das will ich aber bis zum Ende des nächsten Jahres, also nochmal zwölf Monate, dann auf alle Fälle geschafft haben. Ich schätze mal, im Moment sind es so Runde 50, die ich da gewonnen habe. Ja, oder? Immerhin, auch jetzt auf dem Camp wieder, ich habe ganz bewusst zwei Sessions zur Einführung in Twitter gegeben und jedes Mal hinterher die Frage, und wer steigt jetzt ein in Twitter? Also es ging immer so 70 Prozent der Hände hoch, die dann neu einsteigen wollten. Zumindest die eine war sehr voll und die andere, die war nicht ganz so voll. Da waren es so 15 Leute bei der zweiten, aber bei der ersten waren es so 45, 50 Leute oder so. Fand ich auch schon richtig schön, dass es so gewirkt hat. Ich muss noch eins sagen, natürlich möchte ich noch einen Working Out Loud Kurs dann mit Benedikt machen. Also das muss man ja wirklich sagen, das hat ja immer mehr Wirksamkeit. Also das wollen wir auf jeden Fall. Und da freue ich mich jetzt schon. Generationsübergreifendes Lernen, so muss das sein. Spitzel. Ja, Harald, gibt es bei dir auch Dinge, die du in die Zeitkapsel packst? Ja, und zwar, es war jetzt so schön, nebendran sind wir ja am Chatten mit unseren Gästen. Herbert hat das so schön formuliert, mit Qualität wichtiger als Quantität. Und ich bin natürlich jemand, der versucht, schon auch über die Quantität auch gewissermaßen was zu erreichen. Darum hält mich im Moment, also genau diese Aussage von ihm hält mich im Moment dazu ab, mit dem Podcasten jetzt außerhalb der Firma zu beginnen. Ich habe ja da so ein bisschen schon Anfänge mal gemacht. Und in der Firma ist das jetzt natürlich kein großes Thema oder sowas. Da bin ich ja eher der, der die ganze Zeit schiebt. Im privaten Umfeld sehe ich halt einfach erstens mal wirklich das Thema Zeit. Und wie gesagt, ich möchte mich auch um meine Familie anständig kümmern können, neben diesem relativ aufwendigen Job. Aber ich würde ganz gerne erst dann mit etwas Neuem anfangen, wenn ich wirklich auch das Gefühl habe, dass ich da irgendwo einen Mehrwert, eine Wirkung erzielen kann, die über das übliche Reden ein bisschen drüber rausgeht. Also ich, ja, ich habe mir schon vorgenommen, langfristig da was zu machen. Das würde ich auch so sehen. Aber da bin ich noch nicht zufrieden mit der Qualität des Konzepts, das dahinter steht. Und darum frage ich da immer wieder ein bisschen in mein Netzwerk rein. Ich habe auch da eigentlich viel mehr Lust, das Ganze nicht als ich zu machen, sondern als wir. Und habe dazu aber auch, bis jetzt gibt es halt Interviews und sowas. Das ist auch gut, super. Da gibt es viele tolle Podcasts in der Richtung. Aber bevor da nicht wirklich mir was eingefallen ist oder uns was eingefallen ist, was da so richtig was Cooles anderes ist, was den Leuten einen echten Mehrwert bringt, möchte ich da einfach nicht anfangen damit. Und das ist etwas, was ich normalerweise nicht so mache. Ich springe sofort in eine neue Idee rein und setze die sofort um und schaue, was passiert. Das werde ich nicht aufhören. Aber an der Stelle jetzt als mein Zeitkapsel-Thema möchte ich da wirklich mal in eine andere Qualität erst gehen, bevor ich da loslege. Was ja sehr vernünftig klingt, denn man hat immer nur 100 Prozent seiner Zeit und alles, was man zusätzlich macht, nimmt irgendwo anders was weg. Das ist richtig, ja. Also eins muss ich übrigens ja immer noch lernen. Ich habe jetzt erst mal gerafft, dass ihr nebenbei hier chattet. Ich kann eigentlich nebenbei. Also jetzt erst mal gelesen, sehr lustig, sehr nett, was mit Frieden aufschreibt. Also da bewundere ich auch den Harald und auch den Simon, dass die so fast unbemerkt nebenbei ganz andere Diskussionen im Chat führen, als sie in Worten oben sagen. Ja, das haben wir ja gerade von Michael gehört. Der kann nebenbei sogar Hausaufgaben betreuen und noch zuhören. Also unglaublich. Ja. Okay, ja, wir müssen wieder zum nächsten Thema. Und jetzt kommt etwas, da sagt John Stepper, gib den Gefallen weiter. Also auch die Überschrift ist vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist es ein bisschen in der Übersetzung schwierig. Ich kann sie nicht so ganz richtig interpretieren, aber eigentlich meint er wohl, wir sollen einerseits für uns und andererseits für die anderen positive Dinge weiter bewirken. Aber Harald, vielleicht erklärst du uns das ein bisschen und wir schauen mal, was wir daraus machen können. Ja, ich mache es mir da jetzt auch relativ einfach. Ich werde einfach jetzt durch den Circle Guide durchgehen. Also für mich, da muss man immer vorsichtig sein, dass sowas nicht arrogant klingt, aber gib den Gefallen weiter. Ist für mich so total klar, weil es für mich einfach so unheimlich viel Positives bewirkt in den Circles oder was um die Circle herum passiert. Und ich bin jetzt nicht so der berechnende Mensch, der dann sagt, ja, da muss aber was rumkommen dabei, sondern ich erlebe da einfach auf der Gefühlsebene, auf der Lernebene, auf der Beziehungsebene, wenn man so will, so viel Positives, dass das einfach, ich sage jetzt mal, so ein großer Rucksack voll positiver Energie ist, den man einfach für mich in Gedanken, der muss fließen. Der kann jetzt nicht einfach so, jetzt habe ich das, das war toll, das behalte ich jetzt, sondern im nächsten Schritt, okay, wie kann ich anderen Leuten daran teilhaben lassen? Weil dann wird es eben, verdoppelt sich, vervielfacht sich einfach dieses schöne Gefühl, das man dabei entwickelt. Also sei es Leute kennenzulernen, sei es überhaupt zu lernen auf diese Art und Weise. Und da war ja auch irgendwo dann mal die Idee, das Ganze eben live zu machen, weil ich habe selber viel gelernt in diesen Circles und habe gedacht, wie kann ich das jetzt weitergeben? Wie kann ich jetzt da den, der Windfreak sagt immer so, so schön das Ganze zu skalieren, at scale zu betreiben? Und da kam dann einfach ursprünglich mal die Idee, das Ganze, so ein Circle wirklich auch live zu machen mit euch. Danke, dass ihr da wirklich alle auch mitgemacht habt und euch in dieses kalte Wasser begeben habt. Das war für mich aus dem letzten Circle, die, ich möchte es weitergeben und ich möchte diesen positiven Spirit auch andere erleben lassen, die vielleicht sich nicht trauen, in so ein Circle reinzugehen. Und dieses Entmystifizieren von diesem, da sind jetzt ein paar so komische Kerle unterwegs und die machen da sowas zu dritt, zu fünften und es ist auch noch geschlossen und da kann keiner reinschauen. Also das war mein, quasi aus meinem letzten Circle war das, wie kann ich diesen Gefallen weitergeben, an eine möglichst große Zahl von Menschen bringen. Und je mehr Leute sich das anschauen, ich hoffe, dass genau das dann da auch rüberkommt. Er sagt jetzt, er hat jetzt da einfach eine ganze Reihe von Tipps, die er da sagt, also reservier dir Zeit, um in dich selbst zu investieren. Bezahl dich selbst zuerst, das schreibt er auch in seinem Buch, da gibt es ein ganzes Kapitel, glaube ich, sogar dazu. Im Endeffekt geht es auch zurück auf den schönen, glaube ich, schon sehr alten Spruch, wenn du dich selbst liebst, kannst du auch andere lieben. Also wenn du dich selber kümmerst, kannst du auch besser dich um andere kümmern. Also das ist, glaube ich, dann, da gehen wir schon in Richtung Führung rein. Also wenn ich mich mit mir selber um Raubbau betreibe und ja, tue ich leider ein bisschen, dann sollte man es zumindest nicht mit anderen Leuten tun. Also es ist immer besser, wenn man in sich selber ruht, wenn man mit sich selber eine gewisse Zufriedenheit hat und auch erleben kann, was ist denn toll, was ist weniger toll, um dann anderen Leuten quasi das auch anbieten zu können. Das heißt jetzt nicht, dass sie alle gleich ticken, aber wenn ich selber erlebe, was mich anstrengt oder was für mich schön ist, dann kann ich da mit anderen eigentlich auch leichter eine Freude tun. Schicke deine Zeitkapsel über futureme.org an dein zukünftiges Ich. Da hat er einen Link reingeschrieben oder reingemacht in die Circle Guides. Also da kann man, das hatte ich vorher schon gesagt, das ist einfach eine Plattform, da kann man diesen Brief abschicken und der wird dann im Endeffekt irgendwann mal kostenlos natürlich wieder an mich zurückgeschrieben. Also geschickt, wenn man das gut findet, kann man diese Seite auch mal finanzieren. Ich würde auch das mal nutzen, mal als einen kleinen Aufruf. Es gibt im Internet so unglaublich viele tolle Serviceangebote und die sind in der Regel alle umsonst. Und wir tun uns so schwer, den Leuten da einfach mal fünf Euro oder auch mal nur einen Euro irgendwie zu überweisen für solche Sachen. Und an anderer Stelle geben wir teilweise Hunderte und Tausende von Euros auf für etwas, was wirklich der Qualität dann auch nicht gerecht wird. Also ich glaube, dass diese ganze freie oder diese Shareconomy oder diese Public Domain und was das früher geheißen hat, wenn es nicht genügend Leute gibt, die denen auch mal vielleicht wirklich auch monetär zurückgeben und sagen, hier kriegst du mal so meinen kleinen Obolus, das war mir jetzt schon zwei Euro wert. Und wahrscheinlich ist den meisten auch, sind die zwei Euro nicht das Problem, sondern der Aufwand und die Angst, dass dann irgendwie was schief gehen könnte oder sowas mit der Bezahlung. Aber da gibt es inzwischen so viele tolle Möglichkeiten, dass man da sich schon die Zeit nehmen sollte, weil die, die den Service angeboten haben, die haben wahrscheinlich Tage und Wochen investiert, damit das für uns ein Klick ist. Also das einfach nur mal auch als ein Weitergeben, wir nutzen sehr viele Dinge im Web und ich denke, dass man da auch mal gerne den Leuten entweder als Like oder als Kommentar oder als Bewerbung von dem Service oder eben auch mal als finanzielle Möglichkeit, denen eine Rückmeldung geben kann. Da kommt mir gerade eine Idee, Harald. Wenn doch Personalentwicklung in der Form nicht mehr das Training sein soll und die haben doch Budgets, die einfach ungenutzt sind jedes Mal wieder. Und dann denke ich, guck mal, ganz oft kriege ich das mit, dass die Leute einfach sagen, die Leute nutzen die Budgets gar nicht aus. Okay. Also nur mal so am Rande. Aber wäre ja auch mal was. Dann sollten doch, wenn doch jetzt so viele Working Out Loud nutzen, doch sozusagen an die da mal. Ja, ich denke, ich nehme das jetzt, ich mache es jetzt mal ganz konkret. Also John Stepper gibt das alles umsonst raus. Ja. Er hat die ganzen Circle Guides, die stehen in Deutsch und Englisch zur Verfügung und der macht so viel dafür. Also ich denke auch, dass man an der Stelle mal überlegen könnte und wenn es nur dafür ist, dass man ein paar Bücher kauft und die verteilt. Also soweit ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er hat lange Zeit und auf jeden Fall weiß ich, dass er den Erlös der Bücher, die er bei Amazon und so verkauft, auch gespendet hat. Also das ist da wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild in Form von einer gewissen Selbstlosigkeit. Er ist jetzt quasi nur noch mit Working Out Loud unterwegs. Das heißt, er lebt jetzt davon und trotzdem ist noch das meiste von den ganzen Sachen umsonst. Also ich denke, da kann man auch mal vielleicht die eine oder andere Möglichkeit finden, ihn entweder verbal mit Kommentaren, mit Likes oder eben ihn einfach zu buchen. Also man kann ihn natürlich jetzt auch. Er war jetzt, glaube ich, diese Woche bei ZF und bei Bosch ist er unterwegs gewesen und bei Daimler war er unterwegs. Also es gibt natürlich immer mehr Firmen, die ihn auch ganz normal als Speaker buchen. Das wäre natürlich auch eine coole Sache. Er schreibt dann, feiere Working Out Loud, also das Ganze nicht nur jetzt, ah, das war jetzt ein toller Circle und so weiter, sondern wenn ihr euch erinnert, in der zweiten Woche hat er geschrieben, man kann doch mal schreiben, hey, ich bin jetzt in einem Circle, John. Und genau das könnte man jetzt auch machen. Also das würde ich jetzt von uns allen erwarten. Wir sind alle auf Twitter, dass wir jetzt quasi so als feierliches Ende von unserem Skype, von unserer Skype Session nochmal ihm persönlich auf Twitter quasi sagen, hey, danke, das war ein toller Circle und ja, danke, dass du uns das ermöglicht hast. Also auch das ist etwas, das laut zu tun, indem ich das in den sozialen Netzwerken auch bekannt gebe. Hey, das und das habe ich gelernt. Wir haben das bei uns in der Firma so gemacht, dass wir wirklich den Leuten, die einen Circle dann gemacht haben, von denen fragen wir einen Satz ab, wo sie sagen, was war denn dein bestes Erlebnis und diesen Satz schreiben wir auf eine schön gestaltete Urkunde und den schicken wir den Leuten dann richtig im schönen Bicken Papier dann auch zu. Und viele hängen sich denen natürlich dann auf und dann steht da drin, Certificate for Working Out Loud in the Digital Age und dann steht der Satz drunter und das sprechen viele Leute, sprechen die dann drauf an. Und so wird das dann natürlich dann auch wieder beworben. Also ich werde es jetzt auch auf meiner Webseite nochmal ganz, ich habe es vorher jetzt schon gemacht, eine neue Kategorie eingetragen. Es war bis jetzt immer so unten drunter unter den Filtern. Jetzt kann man also wirklich auf der Startseite schon WOL auswählen und ich werde auch das WOL-Logo jetzt dann auf die Webseite machen, dass Leute da besser einen Einstieg finden können dazu. Mach es besser, man kann gerne Feedback geben. Er hat da auch seine Webseite angegeben, also seine Webseite, seine E-Mail-Adresse natürlich. Wenn man in den Circle Guides irgendwas findet, irgendwelche tollen Links oder sowas, ich bin sicher, dass er da sehr dankbar ist dafür, das zu machen, wenn jemand jetzt zuhört und irgendwelchen Sprachen mächtig ist, die nicht Deutsch und Englisch sind. Ich glaube, das macht auch sehr viel Sinn, das Ganze in andere Sprachen zu übersetzen. Also eine Kollegin von mir hat das Ganze ja in Deutsch übersetzt auch und von Bosch hat das mal jemand in Deutsch übersetzt, also die Version 1 und jetzt die letzte oder die neueste Version. Also auch da kann man natürlich schon helfen dabei, das internationaler bekannt machen, wenn man jemanden kennt, der sowas mal übersetzt. Und man muss ja nicht gleich alles übersetzen. Es reicht ja vielleicht schon, wenn man zwei, drei Circle Guides übersetzt und jemand anders macht dann weiter. Dann geht es weiter mit dem nächsten Circle natürlich. Also ich mache das quasi jetzt schon seit Anbeginn der WOL-Zeit so, dass ich quasi aus einem Circle rausgehe und sich dann relativ bald auch ein nächster Circle bildet. Das ist natürlich auch die ganze Idee dahinter. Wenn man Movement erzeugen will, eine Bewegung, dann funktioniert das natürlich über diese, ich sage jetzt mal ganz positiv wäre das wie so ein Kettenbrief, wenn wir fünf jetzt jeweils mit einem neuen Circle starten würde, dann würde aus jedem Circle würden ja dann vier neue in einen einzelnen Circle reingehen und wenn man das dann halt mal drei, vier Jahre vorausdenkt, dann hat man da eine richtig große Menge von Leuten auch in WOL gebracht. Also das kann man natürlich auch machen, den Circle weiterzuarbeiten. Genau. Und dann gibt es das Ganze noch in der Arbeit zu verbreiten, glaube ich, aber das ist für uns eh klar, dass wir da eh drüber reden auf allen Kanälen. Ja, schönen Dank, Herr Halt, für die wieder ausführlichen und anschaulichen Erklärungen. Wir sind jetzt so ziemlich am Ende. Damit sind wir auch beim letzten Checkout. Checkout war ja immer, was nimmt man sich so vor? Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, was wir uns in dieser Zeitkapsel vornehmen. Dann bleibt mir eigentlich nur noch mal jedem so einen letzten Satz zu empfehlen, was man so insgesamt anderen empfehlen würde, warum Working Out Loud wirklich interessant ist. Wir haben es ja jetzt zwölf Wochen durchgemacht. Antje, hast du so eine Idee, was könnten wir anderen empfehlen zu Working Out Loud? Warum sollten sie es tun? Ja, zu erleben, wie es einen ermutigt, in der Gemeinschaft an einem persönlichen Ziel zu arbeiten und eine Strategie oder auch eine Struktur zu haben, wirklich wie man es tut. Und gerade auch für Leute, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, also zu denen ich mich jetzt nicht zähle, aber so da diesen Mut zu haben, an diesem Curriculum sich langzuhangeln. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für viele Menschen. Und es macht einfach unglaublich viel Freude. Harald, gibt es von dir noch so einen zusammenfassenden Tipp? Einfach machen. Einfach machen. Also vielleicht können wir jetzt noch kurz in den letzten drei Minuten, weil der Michael ist jetzt fertig mit dem Lernen. Vielleicht will der Winfried oder der Bernd auch noch einen Satz sagen, weil dann haben wir die noch im Video drin. Ja. Gerne. Und Bernd, es ist keine Arbeit, es ist alles gut. Hallo. Winfried, sag mal, wie geht es dir? Genau. Ich habe einen Satz gesagt mit Ausrufezeichen. Hallo. Ihr wart wieder großartig. Und ich habe überhaupt nicht gefehlt. Doch, doch. Außer ich konnte ja schon mitschatten. Ja, aber war echt eine tolle Sache, dass das so geklappt hat. Und schade, dass ich zwischendurch ein bisschen untreu wurde. Aber wenn ihr es nochmal macht, dann bin ich diesmal ganz treu. Ja, okay. So, aber ich hatte eben schon hier im Chat gesagt, der John Stepper, eigentlich hatten wir sogar schon vor, ihm bei der Zukunft Personal zu integrieren, aber der war zur gleichen Zeit in Japan, deswegen klappte das nicht. Aber zumindestens, die Sabine hat ja dann die WOL-Sache auf der einen Seite HR-Machen-Exact, haben wir so ein bisschen angedeutet, da wollten wir eigentlich mehr machen, aber auf der Messe zumindestens hat die Sabine da ja einen Slot gehabt. Und in Zukunft wird der John Stepper, irgendwann wird er sicherlich auch dabei sein. Ja, okay. Ja, ich habe so auch viel von anderen Zirkel jetzt gehört, auch beim Corporate Learning Camp wieder. Und eines der erstaunlichsten, der Dinge, die die meisten Leute erstaunt hat, war, dass sie mit wildfremden Leuten so einen Zirkel gebildet haben, die von ihrem Thema jeweils immer weit entfernt waren. Also jeder von dem Thema des anderen. Und trotzdem haben alle gesagt, obwohl die aus anderen Fachgebieten waren, obwohl wir uns nicht kannten, hat es erstens verdammt gut funktioniert. Und zweitens, gerade weil sie aus anderen Themen kamen, kamen sehr viele interessante Hinweise. Also damit möchte ich nochmal Mut machen, so einen Working Out Loud Zirkel wirklich auch mit ganz verschiedenen Leuten zu gründen, die alle nur ein Interesse haben, da mal einzusteigen und an Zielen zu arbeiten und nicht immer lange zu fragen, passt der jetzt in diesen Zirkel oder kann der überhaupt sich vorstellen, was ich für ein Problem habe. Ich glaube gerade, das ist der Vorteil, da mal ganz unbefangen und offen drüber zu reden. Also wenn ich das sogar verstärken darf. Also wir machen das bei uns in der Arbeit wirklich ganz explizit. Bewerben wir das. Je diverser so ein Zirkel ist, je unterschiedlicher ist, umso höher ist die Qualität in der Form, dass ich wirklich von einer, ja, von Unterschiedlichkeit auch eine andere Art von Reflexion bekomme. Ich kriege ein ganz anderes Umfeld. Wir sagen bei uns auch immer, die Innovationen passieren heute in der Regel nicht mehr innerhalb eines Fachkreises, sondern fachkreisübergreifend. Das heißt, wenn ich da jemanden drin habe von verschiedenen Funktionen, wenn es innerhalb der Firma ist oder wenn es im privaten Umfeld ist, wenn ich ganz unterschiedliche Leute drin habe, macht das eigentlich sehr, sehr viel Sinn. Es gibt eins, das sagt John auch und das haben wir in verschiedenen Firmen öfter gelernt. Also wenn man nicht so das allerbeste Verhältnis mit seinen Führungskräften hat, dann wäre, also zwei Hierarchiestufen in einem Zirkel ist jetzt nicht ganz ideal. Also das wäre die einzige Einschränkung, wo man sagen würde, dass man mit seinem Chef, den man nicht so gut mag, jetzt in so einen Private Circle geht oder sowas. Das wäre die einzige Einschränkung. Ansonsten je bunter, je gemischter der ist, umso spannender wird es natürlich dann auch. Man merkt nämlich auch, was man trotz der Unterschiedlichkeit auch gemeinsam hat, weil es sind alles Menschen. Wir haben alle die gleichen Grundbedürfnisse. Ja, sehr schön. Damit sind wir am Ende des zwölften und damit letzten Working Out Loud Circles, den wir hier öffentlich gemacht haben. Euch ganz herzlichen Dank für das aktive Mitmachen und auch für die Überwindung, Antje, sich hier öffentlich zu so einem völlig neuen Thema zu äußern. Ich bin froh, dass wir die alle jetzt bis zum Ende auch wirklich gemacht haben und ich hoffe, dass ganz viele Leute Sie noch ansehen und damit angeregt werden, sowas dann etwas einfacher in einem kleinen Kreis auch selber zu machen. Danke. Ja, und ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken, Karl-Heinz, für die wirklich hervorragende Arbeit. Du hast uns da so schön durchgeleitet, durchmoderiert, immer wieder zurückgeführt an das Skript von John. Also ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Antje, dass du da so einfach reingesprungen bist, an den Winfried Felser, der mit reingekommen ist und da ganz viel Inspiration und ganz viel Energie auch reingebracht hat. Und natürlich auch der Simon, der heute leider auch wegen zu viel Arbeit nicht dabei sein kann. Der Simon hat auch da schon ganz, ganz viel gemacht in der Richtung, auch außerhalb. Ich glaube, es war auch schon sein dritter oder vierter Circle. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, dass ihr in diese Digitalisierungs-Virtualität live reingesprungen seid. Vielen Dank. Ja, danke für die Anregung für dich. Ich beende jetzt die...